Hallo, ich bin Paco. Wie heißen Sie? Ich bin Paco. Wie ist es? Mein Name? Ich bin Bess-O-P-H-N-D. Danke. Wo gehst du? Also hier wohne ich in Pauperial. Aber in Deutschland komme ich aus der Nähe von Stichwort. Du bist Deutsch? Nein, du kommst. Ja, ich komme aus Deutsch. Ja, ich komme aus Deutsch. Was ist dein Pauperial? Ich mache sehr gerne Stichwort. Und ich höre Musik. Ich will mit Freunden mal abends weg. Wie alt bist du? Nein, aber nicht. Wie alt bist du? Ich bin 20. Danke. Wie ist mein Telefonnummer? Wie ist das dein Telefonnummer? Ja, ich weiß nicht. Müsste ich nachschauen. Ich weiß nicht was für dich. Was ist das? Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht whatever Adam's. Ja, ich weiß nicht. Das war's. Ja, ich weiß nicht. Das war's. Wie ist das? Untertitelung des ZDF, 2020